Hallo und zurück bei Sims 3 und der Familie Krause. Hier sehen wir schon den Peter, der hier richtig fett am Schlagzeug übt. Das hört sich schon richtig kacke an. Aber naja, jeder fängt mal klein an. Wir waren hier vorher drin und haben uns mit der einen Caroline da angefreundet. Aber er hat jetzt Hunger, deswegen würde ich sagen, schicken wir ihn nach Hause. Unseren lieben Peter, kann er wieder nach Hause radeln. Hier hingehen, er hat auf Schlagzeug zu spielen. Und hier steigt die Hausparty. Anna frisst erstmal ihren... Hat die gerade auf den Boden gepisst? Ja, lecker. Hanna frisst 1000 Herbstalate. Aber beide gammeln schon. Ist es! Schluck, Schluck! Buh! Und der Otto pennt noch immer. Peter radelt... Wo ist Peter? Radelt der oder geht der jetzt? Okay, der ist gerade erst aus dem Haus rausgekommen. Okay, er radelt. Peter, wo bist du? Hallo? Es backt gerade ziemlich. Otto geht's nicht gut. Er ist hungrig. Aber dafür extrem ausgeschlafen. Man muss halt das nächste Mal wieder arbeiten. Sims backen nicht so, ey. Das ist ein bisschen Kack, ein Sims. Aber sonst ist es richtig geil. So, und Manuel hat richtig... Äh, Peter. Ich sag dauernd, Manuel. Tut mir leid. Snack essen. Ach, du darfst einfach jetzt mal eine Dosen-Suppe fressen. Und dann darfst du dich aufs Zöpfchen begeben und dann fett pennen. Und die Anna kann jetzt mal in ihren Garten gehen. Kann dieses Unkreid noch nicht jäten oder was? Pflanze gießen und den Garten pflegen. Okay. Mach mal schneller, Anna. Alte Oma. Das machst du aber gut. Otto ist jetzt perfekt vorbereitet für die Arbeit. Jetzt darf er noch sitzen, bis das Auto kommt, das ihn abholt. Und Peter frisst hier gerade rein. Und geht jetzt aufs Klo. Alles voll scheißen. Anna, was machst du da? Anna hat sich übergeben wegen dem schlechten Essen. Die Musik kann man mal... Nein, die lassen wir einfach an. Okay, Anna. Du kannst dich jetzt einfach mal in dein Zimmer begehen und fortfahren, damit du wieder Geld verdienst. Was machst du, Peter? Äh, Otto. Outfit wechseln. Abendkleidung. Kurz bevor die Arbeit fährt. Mit Cap. Chillig. Und Peter ist schon wieder richtig müde von seinem Barausflug. Und der Otto kann mir die Zeitungen hier wegschmeißen oder recyceln. Es ist mitten in der Nacht um drei. Und... ja. Anna malt einfach mal an ihrem Gemälde. Mach ich auch immer. Was? Otto muss zur Arbeit nachts um drei. Alles klar. Viel Spaß, Otto. Bis nachher. Und da ist unsere Anna. Mal schauen, was der... Achso, stimmt. Die malt ja in diesem Strand. Mal gucken, wie viel Simoleons der bringt, wenn er fertig ist. Peter macht nix. Spannend ist, der pennt nur. Oh mein Gott. Immer besser wird das hier. Oh, oh. Das Waschbecken ist ja richtig, richtig schmutzig. Das kannst du danach mal säubern. Dann kannst du deine Toilette reinlegen, die du verkackt hast oder vollgekost hast. Okay, die ist gar nicht dreckig geworden. Auch nicht schlecht. Okay. Wir haben Level 3 erreicht. Und dann könntest du mal Unkraut hier hätten. Aber das kannst du nicht machen. Wieso kannst du das nicht? Bist du zu dumm dafür oder was? Peter ratzt da immer noch vor sich hin. Wenn er mal aufsteht, kann er einen Snack essen, Müsli, 56 Simoleons. Das passt. Verkaufen wir es gleich mal. Hallo, Sims. Perfekt. Und die Anna humpelt in die Küche und putzt das Waschbecken. Danach kann sie mal urinieren oder kacken, wie sie will. Und dann kann sie mal chatten. Peter, wach auf. Mir ist langweilig. Wir träumen vom Essbesteck. Okay. Jetzt schon wieder. Unser Otto, wenn der mal wieder daheim ist. Boah, der muss hart arbeiten. Hoffentlich wird er befördert. Ja, unser Otto wird befördert. Finde ich ja schon mal ganz geil. Danach kannst du mal extrem trainieren. Dann kannst du da noch mal extrem Gewichte stemmen. Und dann kannst du duschen gehen. Und dann kannst du extrem schlafen. Wenn du dann wieder aufwachst, kannst du das Regal öffnen und Magnetische Anziehungskraft lesen. Nein, nein, nein. Du darfst dann Geschicklichkeitsband lesen. Peter, mach schneller. Oh, unsere Anna ist da in ihrem Garten. Unserem Garten. Kann sie jetzt das Unkraut jäten? Nein, schlecht. Ich bin enttäuscht von dir, Oma. Danach kannst du mal die Zeitung recyceln. Wochengeschehen nachlesen. Rechnung bezahlen 103 Simoleons. Was? Wo kamen die denn her? Wahrscheinlich, weil der Radio dauernd läuft. Schalten wir den mal aus. Und das Licht brennt. Sims backt mal wieder. Kennen wir ja schon alles. Schalten wir das Licht mal aus. Ausschalten. Alle Lichter. Es ist dunkel. Oh mein Gott. Ich glaube, wir kaufen uns jetzt mal ein paar Fenster rein. erstmal auf hoch. Oh, oh, da haben wir noch gar nicht. Ach, wir haben Fenster gekauft. Okay. Haben wir da schon? Nein. Aber in unserem neuen Wohnzimmer anrufen. Nach Hause einladen. Die Anna hockt da vor ihrem Rechner. Ist richtig, richtig müde. Rechnung bezahlen. Oh, oh, oh. Das hat ein tiefes Loch in unsere Finanzenkasse geworfen oder keine Ahnung, was ich gerade hier für ein Case labere. Anna hat sozial wieder voll. Okay, dann kann sie mal die Zeitung recyceln. Ja, ich weiß, dass du müde bist. Mach schneller. Ja, genau. Fürs Zeitung recyceln ziehen wir ins Extraum. Wieso nehmt ihr nicht beides auf einmal? Das verstehe ich echt nicht. Und jetzt kommt gerade wieder eine neue Zeitung. Verwünscht. Egal. Geht's einfach pennen. Perfekt. Und genau jetzt wacht der Peter auf. Und der Otto dürfte jetzt langsam mal wieder nach Hause kommen. Wir wurden nicht befördert. Was? Otto wurde doch... Ah, wir wurden doch befördert. Fair. Ganz geil. Jetzt haben wir wieder Kohle bekommen. Finde ich richtig gut. Mal schauen, was die Sims so für Wünsche haben. Er will in eine Bar gehen. Wir kaufen uns jetzt einfach mal ein zweites Musikinstrument. Dann können die hier zu Hause irgendwie so ihre Band machen. das billigste. Ja, so ein Klavier so. Passt schon. Jetzt haben wir zwar kein Money mehr, aber das passt. Dann kann der sein Wunsch erfüllen. Gruppe mit Anna Krause gründen. Der Peter. Wo ist er? Ach, der fordert schon sein Ding rein. Nein, bevor die anruft, müssen wir erst mal duschen. dann können wir sie nach Hause einladen. Aber zuerst geht er an sein Handy ran. Auch nicht schlecht. Gerade wollten wir sie nach Hause einladen, aber dann ruft sie uns schon an. Auch nicht schlecht. Also ich finde es toll. Unser Otto, wo ist denn der gerade? Ach so, der gerade nach Hause stimmt. Was braucht er denn jetzt zum neuen Job? Also mit seiner Beförderung. Athletik braucht er nur, okay. Das machen wir gerade. Und dann noch halt Laune ein bisschen steigern. Dafür haben wir aber Zeit. danach geht duschen. Und jetzt kannst du sie anrufen und nach Hause einladen. Ohne Tschüss zu sagen, einfach aufgelegt. Finde ich nicht gut. Unser Otto Trinite schon angestrengt. Der Spaß geht natürlich nach oben. Und ich tue auch immer mit meinem Jackett laufen. jetzt hier wenigstens die Sportkleidung anziehen können, du Rümpel. Na egal, jedem das sein. Dauert noch ein bisschen, bis er ein Level abmacht. Unser Peter duscht gerade. Was passiert, Peter? Tut mir leid. Wie kostet eigentlich zurzeit gerade so ein Doppelbett? Oh, verdammt. Können wir uns nicht leisten. Schade eigentlich. Aber jetzt ruft er sie an. Hoffentlich kann sie. Tut mir leid, ich muss gleich weg. Versuche es doch in vier Stunden noch einmal. Oder nochmal. Alles klar, dann klappt das schon mal nicht. Dann kannst du einfach mal fernsehen. alle gammeln nur daheim rum. Außer der Peter, der gammelt nicht, der trainiert hier richtig hart. Sehr nice. Warten wir bis die vier Stunden rum sind. Wann wacht Anna eigentlich auf? Oh, das dauert noch. Erst um acht. Peter hat langsam Hunger. Mach einfach ein Level ab, dann geht's schneller, du Vollidiot. Und dann fahrst du voll auf die Fresse. Und schon wieder. Was kannst du überhaupt? Das kann ja meine kleine Schwester besser. Oh, und dann macht der Level ab. Jetzt ist am Job noch besser, aber ein Level noch, dann kriegen wir mit ganz Sicherheit die Beförderung schnell. Und er wacht da immer noch Sportuniversum können wir mal anschauen. Schauen wir mal dazu. Oder mal gucken, was er so mit seinem Gesicht anstellt. Uh. als wäre ganz überrascht. Oh, und Anna, die träumt davon Hühnchenkeulen oder Schweinshacken und pennt da richtig in ihrem Bett. Anna, ja, vier Stunden dürften jetzt rum sein. Du kannst die eine anrufen und nach Hause einladen. Jetzt los, hau rein, Peter. In einer Stunde, nein, das ist doch gleich, ey. Naja, egal, vielleicht klappt es im nächsten Part. Also schaltet auf jeden Fall rein, weil vielleicht können wir uns dann sogar ein Doppelbett leisten. Manche können sich vielleicht schon denken, was ich vorhabe. Aber das erfahren wir halt im nächsten Part. Ciao, Leute.